Herzlich willkommen zu den 10 besten Tipps und Tricks, wenn ihr anfangen wollt Starfield zu spielen. Für alle Sparfüchse unter euch, die sich das Spiel noch nicht gekauft haben, es ist natürlich auch ab Tag 1 im Microsoft Game Pass enthalten und somit habt ihr auch dort Zugriff auf die Standardversion. Beginnen wir mit der Geschichte eures Charakters. Euren Hintergrund bekommt ihr schon 3 Starter Skills und einen weiteren Skillpunkt im Spiel. So startet ihr dann mit 4 Skills ins Spiel. Doch für welche Skills entscheidet ihr euch? Hier sind meine Empfehlungen. Einer der wichtigsten Skills im Spiel ist das Fliegen. Dadurch habt ihr bessere Geschwindigkeit und gutes Handling in euren Schiffen. So bekommt ihr aber auch schneller andere Schiffkategorien und somit größere und bessere Schiffe. Gelevelt wird hier durch Schiffabschüsse. Darum ist es nützlich diesen Skill schon am Anfang zu wählen, um davon zu profitieren. Die Skills Zielsteuerungssysteme und ballistische Waffensysteme sollten natürlich auch nicht unterschätzt werden, da diese euch beim schnellen Leveln des Fliegenskills ungemein helfen. Und so kommt ihr noch schneller an bessere und größere Schiffe. Ein weiterer wichtiger Skill für die Entdeckung ist das Boostpack Training. Um überhaupt Jetpacks verwenden zu können, müssen wir diesen Skill erlernen. Und somit sollte uns auf unseren Erkundungstouren auch nichts mehr im Wege stehen. Wie in jedem Spiel wollen wir natürlich looten und sammeln, was das Zeug hält. Dafür müssen wir den Skill Gewicht heben leveln, um noch mehr Ressourcen und Items in unseren Rucksack zu bekommen. Der Skill analysieren wird später einfach immer nur mühsamer. Darum ist es ratsam, diesen am Anfang zu nehmen, um ihn schnell zu leveln und das Ganze hinter sich zu haben. Auch braucht man dann weniger Zeit, um gewisse Mineralien zu erkennen und das abzubauen, was man braucht. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, ist der Skill Überzeugen natürlich auch einer der besten Skills im Spiel. Somit kann man sich viel Arbeit sparen, indem man einfach mal überzeugend ist. Aus den Empfehlungen dieser Skills ergeben sich dann die folgenden Hintergrundempfehlungen, nämlich den Frachtflieger, den Homesteader, den Kopfgeldjäger und schlussendlich auch den Schurken. Wollt ihr jedoch einen anderen Hintergrund spielen, schreckt nicht davor zurück. Wählt, was ihr für euch am besten empfindet. Kommen wir nun zu den Merkmalen. Die Merkmale sind sehr ausgeglichen. So könnt ihr euch selber einfach alle durchlesen und dann entscheiden, was für euch wichtig ist. Doch auch hier gebe ich euch drei Tipps mit auf den Weg. Ein empfehlenswertes Merkmal ist extrovertiert. Hier bekommt ihr noch mehr Ausdauer, um länger zu sprinten und mehr zu erkunden. Da ihr immer mit euren Crewmitgliedern oder anderen KIs unterwegs seid, habt ihr diesen Bonus fast jederzeit. Terra Firma Da sehr viele Quests auf dem Planeten sind und wir immer wieder sprinten müssen, haben wir auch hier mehr Sauerstoff zur Verfügung und bekommen noch extra Leben on top. Als drittes und optionales Merkmal können wir die Alien-DNA verwenden. Diese gibt uns anfangs einen Boost durch Leben und mehr Sauerstoff. Doch dieses Merkmal können wir später im Spiel sogar wieder entfernen. Nachdem ihr euch für euren Hintergrund und eure Merkmale entschieden habt, bekommt ihr im Laufe des Spiels immer wieder Skillpunkte hinzu. Die Skills werden in vier Kategorien aufgeteilt. Physische Skills, Soziale Skills, Kampf Skills, Forschungsskills und Technische Skills. Und welche ihr davon am besten levelt, das sage ich euch jetzt. Bei den physischen Skills ist Gewichtheben natürlich, wenn ihr es nicht schon ausgewählt habt, ganz oben auf. Zum Beispiel hier müsst ihr Challenges absolvieren, welche ihr mit 75% Gewicht für eine gewisse Anzahl von Meter sprintet. Nehmt ihr diesen Skill erst später, werden euch die ganzen Kilometer, die ihr ja anfangs macht, noch gar nicht angerechnet. Auch Fitness ist hier wieder zu empfehlen, um mehr Ausdauer zu haben durch den erhöhten Sauerstoff. Auch ist Schleichen ein sehr guter Skill, denn dann könnt ihr auch eine Anzeige bekommen, ob ihr sichtbar seid oder nicht. Auch macht es euch schwerer zu finden beim Schleichen. Auch Schmerztoleranz ist ein sehr nützlicher Skill bei den physischen Skills, da er euren Schaden reduziert. Bei den sozialen Skills sieht es folgendermaßen aus. Überzeugen verspart euch wie vorher schon gesagt manchmal eine Menge Arbeit. Das Außenpostenmanagement kann euch helfen, den Außenposten schneller aufzubauen, dort eure Produktion zu erhöhen. Auch der soziale Skill Schiffkommandant ist sehr hoch einzuordnen, da ihr dann schneller Crewmitglieder einstellen könnt. Somit auch mehr Arbeit bewältigen. Unter den Kampfskills gibt es eigentlich zwei Hauptskills. Damit wird ballistisch, mehr Schaden mit Projektilwaffen und schnelles Nachladen. Naja, wie der Skill schon sagt, er hilft euch schneller nachzuladen. Aber auch die Forschungsskills dürfen gar nicht unterschätzt werden, denn diese sind sehr wichtig, um im Spiel weiterzukommen. Wie zum Beispiel Forschungsmethoden. Mit diesem Skill brauchen Items und Projekte 10% weniger Ressourcen und das ist jede Menge. Auch hier, wenn ihr es noch nicht genommen habt, ist Analyse ein guter Skill. Ihr erhöht eure Scanner Distanz und ihr erhaltet einen Zoom auf dem Handscanner. Der Waffeningenieur schaltet euch auch bessere Waffenmods frei, die ihr dann herstellen könnt. Weltraumanzugdesign gibt euch auch wieder bessere Rüstung und ihr könnt Mods dafür herstellen. Das Scannen ist allgegenwärtig. Ihr bekommt dazu Informationen zu Ressourcen und Planeten, auch zu Monden und anderen Schiffen im All. Astrophysik, so könnt ihr euch beim Scannen einfach Zeit sparen. Ihr könnt alle Monde dieses Planeten scannen und beim höchsten Level sogar alle Planeten und Monde dieses Systems, über Lichtjahre hinweg. Zu guter Letzt kommen noch die technischen Skills. Hier, wenn noch nicht ausgewählt, ist Boost Pack Training natürlich eins von den höchsten, denn damit könnt ihr überhaupt Jet Packs benutzen und diese sind essentiell, um alle Planeten richtig zu erkunden. Natürlich auch Fliegen, wenn ihr dies noch nicht ausgewählt habt, um schneller in neue Schiffskategorien vorzudringen, um auch eine bessere Geschwindigkeit und Handling für eure Schiffe zu erhalten. Natürlich ist auch Security hier ganz wichtig, denn das Hacken verschlossener Türen oder Umgehen von Sicherheitssystemen ist essentiell. Die Zielkontrollsysteme sind essentiell, um andere Schiffe anzuvisieren, das Autolog freizuschalten und somit auch mehr kritischen Schaden an anderen Schiffen zu verursachen. Auch der Skill Fracht ist sehr wichtig, denn so könnt ihr mehr Platz in eurem Schiff freischalten und Loot ist ja bekanntlich alles. Wem das jetzt aber alles zu viel war, dem habe ich unten natürlich das Wiki von Starfield verlinkt. Hier findet ihr nochmal alle Skills und auch Merkmale zum Nachlesen und auch alle Challenges, die für die Ränge 1, 2 und 3 für die Skills benötigt werden. Doch welche Missionen soll ich nun ansteuern? Natürlich ist es verlockend, Nebenquests sofort zu beginnen. Doch in diesem Spiel solltet ihr euch lieber an die Mainquest halten, denn diese beeinflusst den Fortschritt eures Spiels sehr und erleichtert euch so nachher die ein oder andere Nebenaufgabe. Wenn für euch Zeit keine Rolle spielt, dann ist es euch offen, in welcher Reihenfolge ihr die Quests macht. Dann könnt ihr aber auch gleich mit mehreren 100 Stunden für die Hauptstoryline rechnen. Wenn ihr jedoch Sidequests zu euren Crewmitgliedern entdeckt, dann könnt ihr diese aber auch machen, bevor sie wieder verschwinden. Doch was sind denn unsere nächsten Ziele? Eines unserer Ziele wird es sein ein größeres Schiff zu kaufen. Denn hier ist ein Upgrade immer wichtig. Mit mehr Crew und mehr Kapazität kann einfach viel mehr abgearbeitet werden. Was ihr immer ausreichend dabei haben solltet, sind Medi und DigiPacks. Auch Wein ist hilfreich mitzunehmen, denn dieser kleine Trick kann euer Überzeugen für kurze Zeit boosten. Was auch wichtig ist, ist es anfangs euren Anzug abzugraden. Denn auch hier wird schon der erste Anzug bei einem Verkäufer ein deutliches Upgrade sein. Auch könnt ihr beim Herstellen darauf achten, dass viele Rohstoffe bereits bei Händlern erhältlich sind und ihr diese gar nicht farmen müsst. Damit ihr nicht immer alle Folgeschäden unterwegs heilen müsst, gibt es auch in jeder Stadt einen Arzt, der euch gegen Geld heilt und ihr dazu keine Medikamente benötigt. Benutze am besten das Schiff, deine Crewmitglieder und auch die Kiste im Keller, die unendlich Slots besitzt, um dein komplettes Inventar zu managen. Auch noch ein kleiner Trick. Ihr könnt jederzeit sehen, was im Schiffinventar vorhanden ist. Drückt dazu einfach Tab und geht unten links auf euer Schiff. Übertragbar sind Items aber leider nur, wenn ihr in der Nähe steht. Doch der wichtigste Tipp zum Schluss. Habt einfach Spaß. Entscheidet euch selber, mit wem ihr euch identifizieren könnt oder wie ihr euren Spielstil auslegen wollt. Klüpft in die Rolle, die euch interessiert. Hier gibt es keinen weltbesten Spielern, sondern die Gewinner sind die, die am meisten Spielspaß haben. Und solltet ihr weitere Fragen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Beantwortet auch die Fragen anderer in den Kommentaren. Und habt einfach einen Spaß, ein Teil der Community von Starfield zu sein. Falls ihr weitere Tipps und Tricks Videos und auch Gameplay zu Starfield nicht verpassen wollt, dann abonniert euch jetzt den Kanal. Und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, aktiviert sogar die Glocke. In diesem Falle, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.